Hallo und willkommen zu einer Aufnahme vom ACRAS-Projektiv mit Lieben Blue Jenny Hallo Hülle und mit Liebster Lenz Hallöchen, so, also die letzte Aufnahme habe ich ein bisschen Tom-Kraft soweit fertig gemacht und die Blue Jenny hat, glaube ich, gecraftet oder sowas Ja, Kraft und Rezepte bearbeitet Genau, und jetzt werde ich bei Tome-Kraft weitermachen Genau, die letzte Aufnahme ist damit geendet, dass Tobi den Schafer zum Abschluss gebracht hat Das war's du Ich bin rumgelaufen, gelaufen Fakt ist, wir wollten ja Skrill herstellen, also diese Eier, die da schweben und die werden so gemacht, einfach mal reingucken, hier, zack Er steigt den Artikel auf Jetzt haben wir, jetzt führe ich mal Und... Iron, so Satz hier mal hier einen Jetzt haue ich die mit, mal mit dem Looting Looting Hm, ne, vier Stück So, übrigens, ähm, ich crafte jetzt mal ein bisschen was Ja, crafte ich Ähm, wenn man... wie heißt denn diese... Äh, Wasser-Bottiche Minecraft Vanilla Meinst du Buckets? Nein, Wasser-Bottiche, die man aufstellen kann Vanilla Meinst du die Tanks? Äh, Cauldron Genau Äh, wenn man die Cauldron einmal aufstellt und mit einem Zauberstab drüber geht, kriegt man, ähm, ein Crucible Und mit dem Crucible können wir jetzt weiter machen Äh, wow Oh, habe ich viele Schads Ich brauche ein paar Stones wieder Äh, hole ich ein paar mehr Kann eigentlich nicht schaden So, brauche ich dafür eigentlich Elemente? Ja, scheiße So Und mit denen und dem jetzt hier zusammen So war das, glaube ich Ja, genau Kann ich jetzt nämlich Was Hübsches basteln Mache ich mir gleich drei Stück von Ähm Dann brauche ich Wissfilter Eisen und Silverwood Haben wir Silverwood Ja, haben wir sogar Okay Mit dem Orb, also tut mir leid Äh, die nächste Quest Also Bloodmagic Quest kann ich noch nicht machen Weil wir nämlich Dann in den Nähter müssen Der Refill Viel Spaß, aber Oder wir kann nicht in die Schwerter vorbereiten Hm Okay Dann würde ich sagen Ich muss mir nur sagen Was für ein Schwerter Wow Der sieht cool aus Der Baum Äh, kannst du mal bitte Mir Crocs rausbringen Ich bin hinterm Haus Vielleicht können wir damit Das ein bisschen austricksen Ich bringe die spezielle Crocs Wo ich nicht weiß, was sie sind Aber die hatten wir im Mittag Ja, ich hoffe, du hilfst mir Aber auch eben Ich habe zwei dabei Eins für dich Okay Ich weiß nicht, ob die was bringen Die Crocs hier Ja, welche sind egal Hä? Ich glaube, die können wir mit dem nicht abbauen Hol mal ganz normale Weil die Saplinge hier sind echt selten Eine Magic Bomb Ja, von Silverwood Und wenn wir da mit dem Dings Die vermehren könnten Mit den Crocs Wäre das echt optimal Weil ich wüsste nicht mal Wie wir die hier überhaupt kriegen können Weil normal musst du halt Durch die Gegend laufen Und diese finden Aber Ja, aber Also Die Crocs, die ich bis jetzt Immer angesprochen Wo bist du denn? Ich bin unten im Baum Geht das damit? Ja Kriege ich die Andere bitte? Also man sieht hier allein schon Wie wenige Saplinge Wir rauskriegen Und wir haben glaube ich 80% Chance mehr oder so Einen rausbekommen Ich habe einen Ah gut Dann habe ich zumindest Schon mal ein Plus wieder Äh Also kein Minus gemacht So rum Glücklicherweise haben wir hier Keinen Fast Decay drauf Sonst wäre das echt schlimm Ich habe immer noch keinen Oh, meine Crocs ist gleich kaputt Eine ist kaputt Ich mache mal noch welche Wie viel glaubst du noch Für den Baum? Ich möchte noch viel machen Ich bräuchte eigentlich noch Einen Baum Danach mindestens Dann mache ich ein paar Mache ich ein halbes Im Vertrag Und ich hoffe Das ist okay Ja Das kostet nur Sticks Weil wir brauchen Ja, definitiv Ich habe übrigens auch Einen Sapling gekriegt Das heißt Wir haben jetzt sogar Einen Sapling Plus gemacht Okay, warte Hier Ich geb dir mal ein paar raus Ja, zwei reichen Erstmal Ich meine Mittags sind es voll Ah Reißt du mir einfach Den Boot und den Füßen weg Ja Noch ein Wurm Ich habe jetzt Drei Würmer Aha Eigentlich vier Hä, warum Nein, nicht so gedacht Nein, nicht so gedacht Definitiv nicht Ja, wer weiß Zerlenz Ich bitte dich Hm Ich bitte sie Weil ich hier auch Der Schlimme bin Du bist so schlimm Hast du noch Wieder ein Sapling bekommen? Nein Na Pflanz Pflanz Dann mal an Angepflanzt Cool, schon mal lief Ah, scheiße Hätten wir eigentlich Ja gut Bräuchten wir eine Schere Für Nein, ich habe sie nicht Mal einstecken Hier So Ah Cool, ich bin doch Gar nicht erforscht Du hast jetzt noch ein Würmchen Zwei kleine Würmchen Zwei kleine Würmchen Alleine in der Stadt Und noch einen Und ein Sapling Ich habe immer noch kein Sapling Ja, ich habe wieder ein Plus gemacht So Einen machen wir noch Dann habe ich einen Stack Ungefähr Die, die ich jetzt hier noch anpflanze, bitte Nicht Genau Hoch Du hast einfach mal mit mir gespawnt Und Super Die Minion Finale So So Immerhin haben wir zwei Saplinge Plus gemacht Oh, er reicht mir den Sapling wieder unterrichtlich schon weg Mein Stecken ist kaputt gegangen Auch wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe Wir kriegen hier keinen mehr raus Hast du einen rausbekommen? Nein Na gut, dann haben wir halt keinen Minus gemacht Zumindest So Okay Danke dir Für dir? So Hauptsache necropelik hier Ja Ja, ich weiß gar nicht, wo die herkommt Hast du mir einen Tag geschmissen, ne? Nein So Was will ich doch niemals tun Never ever 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 never ever Was denkst du denn von mir? Never ever ever never never ever So, jetzt brauche ich Gold Äh, wie viel können wir maximal übereinander stellen? Was auch immer das bringen soll Äh, ich glaube Fünf kann man maximal übereinander stellen Oh mein Gott Ach, schon wieder Wasser Eins, zwei, drei, vier, fünf Immer noch einstecken So, und was ich hier jetzt eigentlich baue Das erkläre ich dann gleich Nur so nebenbei Ja, nur konnte ich mal nicht Ähm Iron Eins, zwei, drei, vier Noch vier So 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf Und Iron Haben wir auch nur eine Million Eisen Erinnert mich in ihren Tech-Pumpen So Also ich glaube das Aluminium ist irgendwie verpackt, weil ich kann es nicht mehr abpumpen Dann reißt es raus Naja, aber es ist noch Iron drin und Tin Brauchst du's Äh, brauchst du's Weg damit Äh, guck mal, das ist leer So Ach, scheiße, ich brauche Ich brauche fünf Also aus was würdest du gerne dein Schwert haben? Und was für ein Schwert willst du haben? Papier Papier Longsport Komplett aus Papier Ich habe mit Papier noch nie gekauftet Dann wird's ja höchste Zeit Papier ist ja, aber da brauche ich ja die Smell für dich dazu, oder? Brauche ich nur Stanzen, oder? Jep So, jetzt nochmal Wollen wir kein Papier? Keine Ahnung Sugarcane sollten wir definitiv haben So Der ist auch bald leer Scheiße Ich muss das ja unbedingt sagen So Dann wollen wir jetzt mal abtauchen Äh Na, wo sind welche? Hä? Kann ich das Papier irgendwie upgraden dann irgendwie? Ja Zeig ich dir dann Long? Atta Äh Longsport Das, das, das Okay Cool, die hab ich noch gar nicht erforscht Das War das so noch? Äh Boah, das gibt's doch wohl nicht Wo sind denn die ganzen Aura-Nodes? Hä, wir hatten doch total viele Aura-Nodes hier 36 Äh, 26 Nee, unten drunter bin ich Hä? Was, hä? Warten wir bitte viele Aura-Nodes Untere Insel Äh, du, ich kann kein Papier stonzen Du musst Papier-Stacks nutzen Ein ganzes Stack Papier Stack Du musst, äh, vier Stück, ähm, wie so ein Crafting-Table-Stump craften Ah, okay Ah, hier sind die alle, okay Wusste ich nämlich nicht Cool Stack Kann ich immer noch nicht verwenden Ach, du weißt, dass du eine Holzform brauchst, oder? Du darfst nicht die Goldform nehmen Ja Weiß ich Äh, ja, ich komm gleich hoch Geht's jetzt, oder was? Ja Weiß ich nicht, ich hab mich ausprobiert Frauen Noch nicht Hä? Oh, ich hab den Musik-Pod gar nicht an Fällt mir grad auf Ich hab den grad gemütet gehabt Äh, funktioniert nicht, Schatz Fuck, ich hab den Musik-Pod gemütet So, wirst du Hier ist Papier und hier sind die Cools Kommt nichts raus Lern lesen Warum? Lies mal, was da drunter steht Hä? Ja, da steht was drunter Dass ich 30 Stück brauche Lies mal, was da drunter steht Hä? Da steht nichts mit 30 oder so Ja, warte, ich muss wieder hinlatschen Scheiße Dann stellen wir los Hmm morgens Wenn такую Fahrzeug H Still drunter